So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mario Odyssey. Natürlich wieder dabei ist die Kimi. Hi. Wie hi. Hi. Du hast gesagt, du möchtest doch gerne eine Folge aufnehmen. Warum komme ich da nicht rein? Na, ist egal. Gehen wir gleich rein, ne? So, wir machen mal hier den ganzen Käse weg. Ich glaube, die mögen keinen Käse, die Brüders. Noch nicht, noch nicht den Schalter, ja? Noch nicht machen? Jetzt. Jetzt darfst du den Schalter machen. Ah, jetzt geht's auf. Okay. Okay. Komm mal bitte zurück. Ich kann es. Ja, jetzt. Ach, der wird automatisch wieder normal. Wolltest du mal mit dem Yahoo sagen? Ja, ich dachte, das geht, ja. Aber geht leider nicht, ne. Jetzt kommt eine Brücke. Guck mal, da sind ganz viele lila Münzen. Siehst du die? Dö, dö, dö. Topf auf dem Vulkan. Oh, da ist der Böse. Gegen den müssen wir kämpfen. Gegen den Vogel da? Jo. Wow, da kommt es mal raus, ey. Du musst mal die Mütze werfen. Andere Knöpfe. Bitte. Ah, ist egal. Ach so. Geht auf die Münze. Auf die Münze. Ja, wunderbar. Komm mal her, du Strollsch. Hier hin. Warte. Und jetzt. Nein. Noch mal. Ganz ruhig. Jetzt. Du machst ein bisschen zu früh, aber ist nicht schlimm. Wo kommt er denn schon wieder her? War hier noch irgendetwas Wichtiges? Ne, ne? Nein. Los, geh hoch. Guck mal, da in die Mitte. Wo in die Mitte? Da. Was ist das da? Ich brauch den mal. Ich brauch den Feuertyp. Ich glaub, wir können auch eine Tomate nehmen. Das hier. Siehste, ich wusste es. Ich wusste es auch. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Wir wussten es beide. Hau ab, du. So, ich brauch nochmal einen hier voll. Komm her. Zack. Jetzt gehen wir da hoch. Okay, hier ist aber gar nichts. Ist aber traurig. Hey, es ist aber gut. Was macht der denn? Der hält sich trotzdem an seinem Hintern. Hast du gesehen? Und rennt dann. Der hält sich die ganze Zeit am Hintern. Nee. Was? Bekloppt? Nee. Der hat sich ja fest. Was ist los? Komm, wir gehen mal hier rein. Wo hat er sich fest? Bitte? Der eine hat sich festgehalten. Der eine hat sich festgehalten. Oh nein. Ah, wir schaffen das. Ich hab den Mond schon gesehen. Ich auch. Du auch. Aber irgendwie... Wir müssen... Wir müssen... Was machst du denn? Jetzt zeig dir, was ich mache. Und ich sag Mario, ne? Ich brauch das jetzt hier. Aber nicht so. Aber nicht so. Mario, Mario. Sei nicht so ein Fake-o. Ja? So geht's. Gehen wir noch immer da rein? Ich weiß nicht, ob wir hier schon fertig sind. Ne, sind wir noch nicht. Da hinten war noch ein Mond. Danke. Da siehst du den da hinten? Jo. Ich würde das Ding ja noch kleiner machen hier. Damit sich das auch lohnt. Dachtest du, du kann... Kann... Kann nicht in der Ecke gehen. Das sagst du? Dachtest du, du kannst nicht in der Ecke fallen? Ja, doch, doch, doch. Aber ich dachte, der Papa ist so gut, der schafft das. Hat er doch nicht geschafft. Ganz lang, ganz lang, ganz lang. Kannst du mal versuchen, die Münzen da einzusetzen? Danke. Genau, warte, warte, warte. Danke. Schön. Okay. Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Wow. Glück gehabt. In das Röhrchen. Äh, ja, brauchen wir den Hammerbruder für? Holen wir uns den nochmal eben schnell, ne? Wo ist der? Komm mal her. Hammerbruder. Nochmal, nochmal, nochmal. Warte, 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 warte. Hammerbruder, komm da zu uns. So weit kannst du nicht. Nee, so weit kann er nicht, ne? Hammerbruder. Yeah. Mal gucken, was hier gibt. Ich glaub, es gibt's hier einen Stern. Nee. Doch. Nee. Wo kommt die denn her? Wo werfe ich die hin? Keine Ahnung. Ja, da frage ich mich gerade auch. Wo werfe ich die denn jetzt hin? Einfach da drauf. Aber ich kann ja jetzt nicht den ganzen Wichter zurücklaufen zu dem Topf. Ich seh auch, ich seh auch keinen Topf. Ich seh auch nirgendwo keinen Topf. Schmeiß die einfach nach unten. Egal. Bam. Was denn das? Ich weiß nicht. Ein Stück Fleisch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der freut sich aber, wa? Ja. Wie? Du bist der? Der wirft mich da... Der wirft mich in den Topf rein, okay? Oh nein. So einer ist das also. Na Gott. Und dich zu fressen. Ja, glaube ich auch. Und mich zu fressen. Der hat die ganzen Sachen, die wir hatten, die wir da drauf gegangen sind, na? Ja. Ja? Ja. Der hat auch... In dem Topf oder was? Ja. Dieser Vogel hat auch den Mais. Ach so, ehrlich? Hm? Okay. Was macht er jetzt? Wer wird uns weg? Oh, 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 oh. Den Magmafall hinauf. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Wahnsinn. Bist du hergeschleudert? Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Zwei Sterne fehlen uns. Äh, Monde. Jo. Sollen wir nicht schon mal die... Alle Monde da drauf machen? Willst du die schon mal reinpacken? Ja. Okay. Kat war aber doof von mir, ne? Das war ja doof. Das war doch doof. So, jetzt aber. Ne? Alter! Marcel! Alter! Ist das schlecht? Was soll das denn? Alter, Marcel! Komm zurück. Ich brauch dich jetzt. Was ist mit deinem Auge? Nix? Tränen. Tränen? Ja. Ja, viel zu viel. Ich hab zu dir gesagt, lass uns ne Pause machen. Aber du möchtest ja nicht. Du willst immer weitermachen. Dann bist du beleidigt, wenn wir es nicht machen. Ah, nein. Ist genau die letzte Folge für heute, ne? Die wir aufnehmen. Hast du gehört? Ja. Danach ist Ende. Alles gut. Alles gut. Hättest du nicht rein müssen? Vergleich. Jetzt ist der Mario wieder normal. Zack. So, wir haben uns hier oben die Münzen, die Lila nennen. Und jetzt gehen wir hier hoch. Pass auf. Na, und machen wir den hier? Ja. Ein Schlüssel? Schnell! Ah. Yeah. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, nein. Yeah. Damit haben wir alle. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Odysseus. Zu Odyssee? Ja, zu Odyssee. Aber wir sind ja hier noch gar nicht fertig. Wir müssen ja hier hin. Ich weiß, aber jetzt gehen wir zuerst mal zu Odyssee. Und danach fliegen wir dahin. Okay. Aber das kommt morgen. So, Freunde, wir sind zurück. Willkommen zu Super Mario Odyssey mit dabei. Ist wieder die Kibbi. Ja. Hi. Hi. Aber wir sind... Sind wir ja richtig? Nee. Nee, ne? Wir konnten doch schon in die... Ins Bowser... Ins Bowser-Lack müssen wir jetzt reisen. Ah. Ja, ne? Ja. Konnten wir doch schon, ne? Stimmt. Ja, stimmt. Wir haben das ja übersprungen. Genau. Ha, wir hatten genug Sterne gehabt. So war es, ne? Ja. Okay. So. Bowsers Land. Bist du bereit? Ja. Schauen wir mal, ob wir dort Bowser finden. Und dann endlich die Prozesse retten, ne? Ja. Zeit wird es auf jeden Fall. Was bin ich gespannt? Auf Bowsers Land. Ob das Lava ist? Ob das so eine große Festung ist, ne? No. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen mal. Hallo. Also meine Oma Berry ist jetzt nicht da. Dein Stofftier? Ja. Okay. Puh, das war ganz schön heiß dort. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass vielleicht doch wir die Zutaten waren. Noch ein bisschen länger und ich hätte Röstspuren davongetragen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp der Dreisprung. Wenn du rennst und richtig hoch springen möchtest, springe dreimal hintereinander. Dein dritter Sprung? Ja, okay. Das wissen wir ja schon. So. Zurück zu unseren Recherchen. Als nächstes hätten wir... Ah! Der Bowser im Bowsers Land. Ist der Bowser? Ich habe plötzlich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Was wackelt hier alles? Warum? Mal sehen, wie der das hier schmeckt. Er klemmt nahe allein. Oh mein Gott! Er hat einen Topf! Warum hat er einen Topf? Für die Hochzeit. Der hat schon so viele Sachen. Die Torte, Topf, Kleid. Der hat alles geklappt. Ruinen Land. In Schuttlingern. Ich habe es geahnt. Die Odyssee ist schon wieder beschädigt. Mist. Die Odyssee ist wieder kaputt. Wir sollten Power-Monde sammeln. Drei Monde brauchen wir schon. Oh, holst du mal die Dinger raus hier? Danke. Wofür brauchen wir die? Ich weiß, zieh einfach mal raus. Wer weiß, was wir damit machen können. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, ey. Guck mal, wir brauchen ja auch nur drei Power-Monde. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das, was jetzt passiert. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh Gott. Das ist nicht gut. Bist du bereit? Also, ich bin es nicht wirklich. Okay, da kriegen wir Herzen. Okay. Komm zurück, Schott. Ich brauche dich. Ich weiß doch nicht, was wir machen müssen. Schieß mal. Warte auf. Gleich. Na, auf die. Jetzt. Jetzt. Oh mein Gott. Was müssen wir da machen? Ach, bestimmt. Warte mal. Nicht, nicht springen. Nicht springen. Lass Papa machen. Ah, jetzt. Zieh raus. Okay. Nochmal, nochmal, nochmal. Weiter. Und den anderen auch noch. Stell, stell, stell. Haben wir. Okay. Wir müssen das rausziehen. Okay. Du darfst nicht springen, Schatz. Springen muss der Papa. Komm zurück, komm zurück. Ich brauche dich. Du musst immer die Mütze werfen. Okay. Ah, Mann, ey. Das ist aber auch schwer, ne? Oh Gott. Oh Gott, was ist das denn? Okay. Okay. Das sieht gut aus. Okay. Das Ganze nochmal. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das jetzt beim ersten Mal schaffen. Dafür haben wir zu viele Leben verloren, aber ist egal. Ich hole mal hier das Herz. Okay, jetzt geht's wieder los. Blitze. Blitze. Überall. Einmal. Zweimal. Ich brauche dich jetzt, ne? Denk dran. Die Dinger raus. Jetzt. Los. Weiter. 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 Genau. Hat geklappt ja, ne? Bereit, Schatz? Einmal noch. Da ist ein Herz. Da hat er uns abgeschaut. So ein Mist aber auch. Aber jetzt wissen wir... Von Anfang. Aber ist nicht schlimm. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Ne? Okay. Jetzt wissen... Schon wieder von euch. Ja, das ist nicht schlimm. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir machen müssen. Das ist gut. Ne? Okay. So, dann los geht's. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich weiß, dass wir es schaffen. Los geht's, Schatz. Los geht's. Diesmal hole ich auch nicht sofort die Herzen da raus. Okay. Pass auf. Jetzt gleich geht's los, ne? Gleich kommt dein Auftritt. Okay. Los geht's. Und let's go. Jawohl. Wunderbar. Und bam. Sehr gut. Au, 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 au. Bereit? Ja. Nicht schlimm. Ist okay. Passiert. Und los geht's. Wann haben wir es eigentlich geschafft? Zwei oder dreimal. Ich weiß nicht. Zwei, dreimal, viermal. Ich weiß nicht. Komm her. Ja, nehme ich ja jetzt. Und da hinten auch noch. Ja, aber jetzt brauchen wir gerade keins. Wir haben... Oh nein. Oh nein. Jetzt geht's schon los. Oh mein Gott. Wow. Wow. Oh nein. Ist egal. Fertig, Schatz. Jetzt geht los. Und los geht's. Schnell, 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 schnell. Nein. Nein. Beall dich, beall dich. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Drei Meter brauchen wir. Wir brauchen noch drei Meter. Und die sind da? Ja. Da sind sie. So. Hol sie dir. Spring. Aua. Ja. Aua. Aua. Hahaha. Ah, der tat richtig aua. Du hast auch gelacht. Du hast auch gelacht. Kannst mich doch nicht auslachen, dir. So, die Odyssey ist wieder repariert. Und Freunde, das war's für heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, ob ihr nicht Bock habt. Und wir machen drei Folgen jetzt. Nur noch zwei. Wir haben erst noch eine gemacht. Das habt ihr doch gesehen. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Peace. Das war's für heute. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.